Pferdeschwanz, wieder mit dem Vollbärtchen. Sie haben mir eben Kopf abgezeigt und ich möchte, dass Sie aus dem Raum verschwinden. Hauen Sie ab! Ich schmeiß Sie raus! Sie verlassen sofort mit Ihrer Entourage diesen Saal! Wir sind die Demokraten! Ich lass mir sowas von Ihnen nicht gefallen! Hauen Sie ab! So, ich stelle die Frage, wer will noch gehen? Wer zeigt mir diese Geste? Wer? Ich möchte es gerne sehen. Unfassbar! Alles kein Problem. Machen wir doch weiter!